hallo und herzlich willkommen bei redlock campbell ich bin dafür auf die jahr nach dem ticket und heute habe ich das spiel pop slots ich werde starten heruntergeladen habe schon ich kenne zwar das spiel pop slot aber ich war mir nicht sicher ob ich das schon mal gespielt habe also erstmal charakter ausgesucht spiele aussuchen ja aber wie denn wenn alle besetzt sind hier wow Oh, 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 oh. Oh, oh. Hmm. hmm Oh, neuer Rekord Links steht dann nochmal, was da mit ist Ok, ok Also, Lerner Also, Lerner Also, Lerner Die Lerner Also, die Lerner Wichter Oh yeah! Hm, da freut sich drauf selbst praktisch gesehen. Mein Charakter. Hm 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 hm. Hm 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 Ist ja nicht der Kuckoo. freut er sich wieder da gibt das nicht wieder ja ich habe es gewöhnt oh Gut, dann kommen wir hier wieder raus. Ich möchte mir die anderen Sachen hier auch nochmal anschauen. Dann schauen wir uns jetzt mal den Western an. Oh, da ist frei. Zack. Hm, normaler Gewinn. Ich stehe wieder auf, wenn ich einen Big Win kriege hier. Oh, wenn sich mein Charakter hier unten nichts richtig freut. Okay. 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 coffee. Perfect. Okay. edeckstage más Das war's für heute. Oh, da, Bigkin, das freut sich bestimmt. Gut, dann können wir jetzt zum nächsten gehen, da waren wir jetzt, da zuerst an dem, jetzt kommt 77 dran, 3, Amerika, 3 Amerikaner, ich bin da schon und sind alle weg. Normaler Gewinn? Nein, wir wollen ein Bigpin. Sie hat einen Bigpin, aber nicht ich. Oder ja, Pascal hieß der, ne? Ja. Hm. Bigpin, Bigpin, Bigpin. Wenn ich Blasen, die Sachen immer kaputt mache, die hochflinken, kriege ich immer Punkt, habe ich gerade gesehen. Wow. Oh. Oh. Jupp. Aber normaler Gewinn. Gibt's ja kein Bigpin. Hm. Hm. Hmm. OK. Das war's für heute. Ich glaube hier gibt es gar keinen Big Bin. Keine Ahnung. Normaler Gewinn. Die freut sich jetzt im Big Bin. Hmm. Maler Gewinn, Maler Gewinn. Leute. Lasst Stasi. Maler Gewinn. Schmarrer, Jürgen. ich gleich mein ganzes geld weg. so ein Mist und ich habe mir noch nicht bei die anderen Automaten angeschaut, weil ich hier an diesem Automaten nichts gewinne und jetzt der gewinnt was, die gewinnt was und ich nichts. Schweinerei? Bigwin? Nein, natürlich nicht. Mal drei vieles vieles Ah, Endless. Endless ein Big-Find. Gehen wir jetzt zum nächsten. Schnell, das war ein Platz frei. Beim Benen spielen wir. Das ist auch cool. Ich spiel die Vogelscheuche. So kann das nebenbei laufen und immer wenn was ist, kann ich hier zack drücken. Oh, ich bin vorher pleite. Oh, schon der erste Blick bin ich gleich hier. So, dann gehen wir mal wieder weg hier. Kommt jetzt das nächste. Hallo Leute. Hier steht auch für ein Automaten hier. Multi Auto Normal. Oh. Hmm. Lava Link. Noch zwei. Ja, los. Ja. Noch einmal Lava Link. Was ist das Lava Link? Noch einmal. So eine Feuerzahl. Ach. Und. Ach, das war schon. Oh. Oh. Ein normaler Wind. Freut sich meiner? Doch. Big Wind. Okay. Gehts weiter? Da. Fliege ich lang. Jawoll. Okay. Dann haben wir jetzt bei allen Big Winden gemacht. Bei denen ging es mit am schnellsten fand ich. Was gibt es noch? Ja. Das war's. Hm. Geunelöwe. Das könnte Las Vegas sein. Hier vorne in Las Vegas ist ja auch alles immer so abgetrennt. Nur ich kann hier rüber gehen. Oder? Ne. Vorhin sah es aus als ob ich über sowas rüber gegangen bin. Ach. Schon wieder. Morgen ist zum Frühstück. Na gut. Das war's denn alles hier. Ja. Dann machen wir jetzt ein Turbo Spiel. Hier. Okay. Okay. Das ist jetzt schön. Das war's. Ich habe jetzt gegen die Dramatik. Das ist passtdrücklich. Oh. 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 Letzter Tray, ok. Ich glaube, man kann man auch nicht machen, oder? Ich glaube, man kann man auch nicht machen, oder? Ich glaube, man kann man auch nicht machen, oder? Ich glaube, man kann man auch nicht machen, oder? Oh, man geht schon weg, das ging ganz schnell. Obwohl ich einen Big Bin hatte, das ganze Geld schon weg. Gut, dann haben wir es geschafft. Jetzt, ähm, was war denn hier noch? Ach, das sind diese, wo ich dran war. So, war voll raus. Das können wir noch nicht machen. Ich würde jetzt gerade eigentlich sagen. Dann bin ich fertig, aber es scheint ja, dass man hier noch was machen kann. Da war ich schon. Achso, ich war jetzt nicht hier drin. Und dann? Ja. 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 Da war ich schon. Ja. 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 New York Las Vegas, hier war mein Hotel gewesen, Luxor, die Pyramide. Kann man da reingehen? Die Dusche sah in meinem Hotel witzig aus, die war so in der Wand drinnen. Voll cool. Musik 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 Ja, na gut. Und dann... Was kann man noch machen? Ah, mit Level 11 schalte ich das erst frei. Ah, ich bin noch Level 10, deswegen darf ich nur hier rein. Oh, da, da ist die Pyramide. Luxor. Da komme ich mit 1,60 rein. Hm, man muss ja zumindest noch ein bisschen Level 1,60 spielen. Ja, schauen wir mal was das ist. Save. Was ist das? Ah, ok. Wollen wir diese Fotos kaufen. Ok. Nachrichten, go back. Ok, ich verstehe. Hier ist so eine kleine Übersicht. Und ab hier an sind die ganzen Casinos aufwärts. Aber trotzdem, das war's für mich heute. Interessant, wie später noch aussehen wird. Caesar Palace ist bestimmt auch dabei. Excalibur ist genau in dem Luxor, da war ich auch drin. Das war's für mich heute. Pelagio, stand ich nur vor. In dem Wasserfall. New York, New York. Oh, kein Caesar Palace. Kein Flamingo. Naja. Gut. So, abbrechen kann ich nicht. Muss ich halt so schließen. Dann sag ich mal Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.